Grüß euch Gott, alle miteinander. Eine Rastelkette oder Kinderwagenkette aus fast nichts. Ich habe eine gepastelt, die zeige ich jetzt auch. Und zeige auch, nicht wie, aber aus was ich es gemacht habe und wie ich darauf gekommen bin. Angefangen hat es damit, dass ich zwei so Haltungen hatte. Von einer gekauften Kinderwagenkette, die ich umgemodelt habe, damit sie auf meinen Retro-Kinderwagen passt. Ich hatte die Halterungen aufgehoben und die Halterungen haben auch ein bisschen die Farbe vorgegeben. Dann kam hinzu, dass ich von der Ela die schöne rosane gehäkelte Glöckchen, klingelingeling machende Rastelkette gesehen habe, die sie an ihrem Kinderwagen hat. Und auf Nachfrage hat sie mir mitgeteilt, dass das ein Geschenk ihrer Freundin ist und was selbstgemacht ist. Und das hat mich halt wieder dazu oder in der Meinung bestätigt, die selbstgemachten Sachen sind halt einfach schön. Und so kam ich auf die Idee, halt auch mal was in der Richtung selbst zu machen. Ich träume ja unverändert von einem dunkelblauen Retro-Kinderwagen. Sollte ich irgendwann einen haben, dann könnte ich die Rastelkette, die ich jetzt hier zeige, ja schön hernehmen. Fange ich mal mit dem mittigen Bärchen an. Das habe ich nicht gemacht. Das ist eine Beigabe bei einem Internetkauf gewesen. Es lag jetzt in meinem Stubenwagen, in dem da hier, wo ich das Ganze jetzt festgemacht habe. Und wenn es nicht drin liegt, fehlt es auch nicht. Und ich dachte mir, weil es nicht so groß ist, kann ich das hier hernehmen. Es ist mittig. Dann habe ich als allererstes diesen Ring gemacht. Das ist ein alter Holz-Gardinenring von so einer Stielgarnitur. Den habe ich eingehäkelt. Dann das Glöckchen hatte ich noch. Hatte ich mal für Bastelein so eine ganze Tüte gekauft. Das habe ich hier in die Mitte gemacht. Und das gleiche bei diesem Ring. Auch eingehäkelt, nur in anderen Farben. Weil ich von dem hellblau nicht mehr so viel Wolle hatte. Und es war halt auch ein bisschen dieses blau, hellblau, grün, petrol. Das sind so die Farben, die vorgegeben sind. Jetzt musste ich aber auch so zwischendrin das Ganze befüllen. Und dafür, und ja, ein bisschen rasseln sollte eine Rasselkette ja auch. Da habe ich folgendes gemacht. Diese blau-weißen Kunststoffgrün und grün-weiß, die auch nochmal, grün-weiß, blau-weiß. Das sind die Kügelchen aus Puppenrasseln. Da hatte ich noch welche. Die habe ich schon nach, weiß weiß ich, 15 Jahre oder so. Teilweise war die Halterung von den Rasseln schon gebrochen. Aber das Kügelchen war noch existent. Teilweise habe ich vorsichtig die Halterung entfernt und habe das hier aufgefädelt. Hier zwischendrin ein kleines Pompom. Und das hier sind Kugeln mit Loch, die ich mal auch, die hatte ich schon ganz vergessen, von irgendeiner Brassetelei üblicher Puppenrasseln hat. Es macht ein schönes Geräusch. Und es war mir auch wichtig, dass heute ist auch. Ja, schönen Gruß an Ela. Die Anregung war gut. Hier ist die zweite Halterung. Und ich habe hier so ein Schwänzchen dran gemacht. Das ist auch alles so in den Farben, dass es ein bisschen schön zusammenpasst. Und das sind Holzkügelchen. Die waren in so einem Mini-Tütchen. Da waren alle möglichen Farben. Und da habe ich mir die passenden rausgefischt. Das ist eben hier an der Seite. Und dann wiederholt sich das dann nochmal. Naja, und schon war es passiert. Meine Kinderwagenrasselkette ist fertig. Nicht professionell. Sie ist ja auch nicht für Kinder, wenn dann nur für Puppen gedacht, die in so einem Kinderwagen liegen. Mir gefällt sie ganz gut. Und sollte ich irgendwann meinen blauen Retro-Kinderwagen haben, oder auch blau-weiß, dann werde ich sie vorstellen, wie sie aussieht, wenn sie an dem Wagen hängt. Bis bald. Alles Liebe. Alles Gute. Und wie immer, bye, bye.